Wie war die Zeit lang vor meiner Zeit? Lang vor meiner Zeit. Oh mein Gott. 2004? 98? Vielleicht in den letzten 10 Jahren? Ich glaube, es war um 2000 herum. Ungefähr 1980. Eine Stadtmauer. Ein Löwen. Eine Burg. Eine Burg. Es zeigt die Tore der Festung Hohen Salzburg. Ein Stadttor. Der Eingang der Stadt mit den Türmen und, was ich schön finde, ein offenes Tor. 40. 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 40 Gemeinderäte. 41. 41. 42. 42. 41. Ofer. 42. 240. 42. 43. 44. 41. 42. 46. vielleicht Dubrovnik? Barcelona? Irgendwas in Ex-Jugoslawien? Sarajevo? Leider nein. Gute Frage. 10 Millionen. Wie machen Sie mich jetzt nervös? 500 Millionen? Da redet man von ungefähr 500 Millionen Euro, je nachdem was man alles bei den Betrieben mit rein oder mit raus rechnet. Rund 800 Millionen Euro? Das sind knifflige Fragen. 100 Millionen? 600 Millionen.